Musik Liebe Ringer-Fans vom KSV Guttmaninge, ich darf euch ganz herzlich bei uns hier im Clubheim vom KSV Guttmaninge begrüßen. Mit begrüßen in unserer Runde hier möchte ich zwei Kollegen vom KSV Teisersdorf und der Dani W. vom KSV Guttmaninge die Vorstellung machen anschließend gleich. Ich freue mich, dass wir nach langer und einjähriger Zwangspause endlich wieder auf der Matte auftreten dürfen und haben als KSV Guttmaninge und Teisersdorf eine Kampfgemeinschaft gebildet, um eben gemeinsam nach der Zwangspause einen tollen Auftritt machen zu können. Der erste tolle Auftritt, den wir gemeinsam hatten, war bereits am 14. August in der Schweiz in Kriesern beim internationalen Grenzlandturnier. Und die drei Jungs hier, alle drei gerungen, haben den ersten Platz gemacht. Und da wollen wir doch mal reinhören, was waren denn so die Highlights von dem Grenzlandturnier? Patrick. Was waren die Highlights? Wir hatten eine bärenstarke Truppe zusammen. Es waren die Jungs, die jetzt bei der RHL ringen und auch die, die leider von uns weggegangen sind. Und wir hatten einen sehr dominanter Auftritt. Es hat echt Spaß gemacht mit den Jungs, die wirklich alle auf die Matte gegangen sind, um das Turnier auch zu gewinnen. Und das hat man auch gemerkt, die ersten Kämpfe waren wirklich sehr dominant. Das hat Spaß gemacht. Ja, dann gehen wir doch mal zum Dani W. Als neuer Trainer vom KSV Guttmaninge. Was war denn für dich das Highlight in Kriesern? Ja, ich kann mich da nur an Patrick anschließen. Der Auftritt, der war super und dominant. Und vor allem, was uns auch wichtig war in der RHL, dass man wieder zusammenwächst natürlich. Und dass es wieder eine Gemeinschaft wird. Und das war da auch der Fall. Wir sind schön zusammengewachsen, hatten auch einen schönen Tag und einen schönen Abend. Und das ist natürlich auch immer sehr wichtig. Ja, der schöne Abend ist ganz bestimmt wichtig. Und dabei möchte ich schnell auf die zwei Kettballers eingehen. Der Patrick, wo wir schon gehört haben, und der Marcel. Beide sind das Trainerteam von Teisersdorf im Freistil. Aber nochmal zurück aufs Turnier, Marcel. Ihr habt sicher den Sieg schön gefeiert. Und wie war das denn im Anschluss? Ja, also nach der Pokalübergabe sind wir dann relativ schnell auch duschen gegangen. Und dann haben wir noch ein bisschen den Abend richtig ausklingen lassen. Ja, jetzt mal. Ich glaube, man sieht schon, die Feiern, die kommen heute zu kurz. Und dass wir hoffentlich wieder was zu feiern haben, da freuen wir uns jetzt natürlich auf den 4.9., nämlich den kommenden Samstag. Der erste Heimkampf von unserer Kampfgemeinschaft findet statt in Teisersdorf. Ich darf euch alle dazu herzlich einladen, nach Teisersdorf zu kommen und unsere Jungs da auf der Matte anschauen zu können. Das große Ziel, wo wir uns gesetzt haben, ist, dass wir in diesem Jahr die Verbandsliga gewinnen und damit in die Oberliga aufsteigen. Und da möchte ich nochmal ganz kurz reinhören, wie sieht es denn bei euch aus mit der Motivation, mit der Aussichten? Habt ihr das Gefühl, das packen wir? Oder was meinst du dazu, Patrick? Ach, die Aufstellung steht jetzt. Wir haben eine bärenstarke Truppe zusammengeführt durch Verbandsliga, denke ich, wo viele junge Leute mit drin sind, die wirklich eine gute Ausbildung erhalten haben und in der Verbandsliga mit Sicherheit ihre Kämpfe gewinnen werden. Von daher bin ich zuversichtlich, dass man am Samstag gewinne und auch weit oben mitmischen werde. Wir haben das Ziel gesetzt, wie du gesagt hast, dass wir aufsteigen wollen, weil auch einige drin sind, die mal mindestens eine Klasse höher kämpfen können. Es sind auch andere starke Teams in der Klasse. Da sind wir nicht der alleinige Spitzenreiter. Ob wir dann nachher ganz oben stehen, werden wir am Ende von der Saison sehen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir eine erfolgreiche Saison haben werden. Super, besten Dank. Dann möchte ich natürlich auch gerne von dir noch was zu hören, Dani. Der erste Heimkampf in Gottmaning ist am 11.9. Aber wie schätzt du die Runde ein und vor allem natürlich der Saisonstart jetzt am 4.9.? Also die Runde einzuschätzen ist relativ schwierig dieses Jahr, weil wir nicht wissen, was die anderen durch Corona jetzt wieder aufgestellt sind und alles. Aber vom Gefühl her, wie der Patrick auch schon gesagt hat, haben wir einige dabei, die auch schon höher gerungen haben. Wir haben eine sehr junge Truppe. Vor allem ist er auch so nennen, der Dario Dietrich als amtierender deutscher Meister. Und auch auf Taisersdorfer Seite sind natürlich einige, die da jetzt gerade ringen wir. Die zwei, die da auch stehen, sind natürlich Top-Ringer, die vor allem auch sonst in der Oberliga super ringen könnten. Und ich bin guter Dinge, dass wir unser Ziel schaffen. Aber auch die zweite und dritte Mannschaft ist natürlich sehr wichtig, dass da die Jungen zum Zug kommen. Und vor allem, dass die da auch ihre Kämpfe machen. Und dann wird das ein gutes Jahr. Genau, das möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Wir treten in diesem Jahr mit drei Mannschaften an. Und das Schöne bei der Kampfgemeinschaft ist eben, dass wir in drei unterschiedliche Klassen antreten können und damit jedem Ringer nach Erfahrung, nach Qualifikation, den Platz in der Mannschaft geben können, wo er sich gut bewähren kann. Wenn er erfolgreich ist, darf er natürlich auch höher ringen. Wir haben uns auch vorgenommen, regelmäßig abzuwechseln, dass jeder mal oben, auch mal unten ringt. Und somit, dass wir einen guten Teamgeist hinkriegen und die Kampfgemeinschaft RHL-Gottmarlinge-Taisersdorf ein erfolgreiches Team wird. Damit bedanken wir uns für heute Abend. Hofft auf eure Unterstützung bei den Heimkämpfen. Und damit nochmal seid ihr herzlich eingeladen, kommt zu uns, schaut zu und unterstützt unsere Ringer. Besten Dank! Sanfte Musik Musik Willkommen hier? Mahlook